Geh weg. Ich hab doch nicht. Ich bin doch gar nicht. Versteh ich nicht. So, ich bleib ruhig. Ich bin stehen geblieben. Ja, ich bewege mich nicht weiter. Nein, ich, Alter! Ärgerlich. Ist das dein Ernst? Was ist denn los? Hilfe? Gut, dann gehe ich jetzt mal hier so im Gegenüber-Uhrzeigersinn. Hallo? So, super. Und jetzt? Ach, auf zum nächsten Speicherpunkt. Okay, wir speichern jetzt erstmal. So, mein Freund. Wird euch die Umgebung langsam vertraut? Manchmal werden die Türen offen gelassen, aber das hat nichts zu bedeuten. Ohne die Parole gibt es kein Entkommen. Ich hatte den perfekten Plan. Ich habe mir den Grundriss des Gefängnisses auf den Rücken tätowieren lassen. Was ja auch kaum auffällt, wenn ich mal zur Dusche muss und so weiter. Oder zu einer Untersuchung, aber naja. Aber weil ich keinen Spiegel hatte, konnte ich ihn nicht sehen. Der wohl erfolgloseste Knastausbrecher ever. Ja, schade. Muss ich jetzt dir den Rücken kraulen, damit du mir es zeigst, oder was? So. So. Ich pass auf, ich bin vorsichtig. Hallo? Hallo? Na gut, ich gebe es zu. Ihr hattet recht, was die Kiste angeht. Am Ende war die Idee doch gut. Aber wie konnte ich wissen, dass diese Soldaten dermaßen... Dermaßen... Fiktiv? Nein, das ist nicht das Wort, nach dem ich suchte. Dermaßen außerstande wären, eine Kiste zu bemerken, die sich direkt vor ihrer Nase bewegt. Ja, wie auch immer. Gute Arbeit. Hoffen wir, dass das nächste Stockwerk auch so einfach wird. Ähm, wir gehen nicht mehr hier runter, aber hier gibt es doch... Wieip! Nein! Warte mal! Nein! Ah, okay. Boah, ich dachte schon. Wir müssen jetzt den letzten Abschnitt nochmal machen. Boah, wäre das ein Abfuck, ey. Okay. Alter, ich mach... Und der... Also irgendwie ist das jetzt hier... Na komm. Na du? Wie ging dieses Lied noch gleich? Hm, ach ja. Ritter Robert bricht auf, den Besten. Ritter Robert gehört zu den Besten. Das Ende weiß ich nicht mehr. Aber es... Ne? Übrigens, die Abkürzung für Robert ist Bob. Und schon wieder ein Lexbike. Ich glaub es nicht. Alter, das geht mir aber so richtig offen... Boah! Boah, was ist denn los mit Fraps wieder, ey? Ey, die Festplatte ist nicht ansatzweise voll. Ja, komm. Ja, mach halt. Geh mal weg. So. So. So und hierhin. Tada! Hallo? Ach ja, ich darf hier nicht rein. Schon wieder ein Lexbike. Ich glaube nach dieser Folge... Boah, die hat gerade jetzt angefangen. Mach ich eine kurze Aufnahmepause und dann weiß ich nicht. Keine Ahnung, starte ich Fraps mal neu oder so. Boah, geht mir das auf den Senkel. Muss ich ja echt sagen. Also wirklich kacke gemacht. Die Magi verwendeten ein uraltes Zahlensystem, bei dem der Buchstabe 0... Ne, C oder G für 100 steht. C, ne? Ja, super. Ach, guck an. Wir können hier runter. Haben wir hier irgendwas Schönes? Ah! Du brichst aus. Puh! Noch eine Meile. Wenn ich nur die ganzen Parolen wüsste, müsste ich hier nicht graben. Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli darin vorkommt. Boah, lecker Brokkoli. Wo hätte ich jetzt voll Lust drauf, ey? Boah, leckere Brokkoli-Pizza. Nein, warte mal, das war was... Ne, schon gut. Vergesst du, was ich gesagt habe. Wer hätte mir sowieso gemacht. Alter, ich bin im Schatten. Also, geh kacken. Nein, 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 nein. Geh kacken. Ich meinte... Nein! Nein! Wieso denn? Warum? Oh, oh. Äh, wie abfuck ist das? Hallo? Wie doof. Entschuldige ich, liebe Leute. Das war ein bisschen unüberlegt von mir, gebe ich ja zu. Ach, wie doof. So. So, do, 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 do. So, jetzt muss ich wieder warten, bis sie... Boah, Alter. Ich brauche ein Schwert. Ein Schwert, ein Schwert, ein Schwert. Blöd ist, wenn du versuchst, mit einem Lichtschwert dich im Schatten zu verstecken. Kann man machen, muss man aber nicht. Eigentlich kann man auch nicht machen. So, der geht mir sowieso auf den Sack, ey. Mann. Schnell in den Schatten rein. Und hier kann ich nicht vorbei. Boah, Alter. Jetzt ist die Frage, soll ich hinter ihm? So, geh weg. Weg, 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 weg. So. Nein! Das gibt's doch nicht! Alter. Boah, was ist denn da los, ey? Das macht richtig Spaß. Nicht falsch verstehen, ne? Aber das ist so... Alter. Das geht doch nicht. Okay, wir schaffen das. Boah, Alter. Gib mir einmal nur ein Schwert. Und ich metze mich da durch, wie Anakin Skywalker auf Mustafa, ey. Oder im Jedi-Tempel. Sucht ihr euch aus. Mustafa war aber cooler. Jedi-Tempel haben wir nicht gesehen. Und wieso ich jetzt über Star Wars rede, ich weiß es nicht. Wegen Schwert, genau. Und wegen der grandiosen Idee, sich mit einem Lichtschwert im Schatten zu verstecken. Ja, manchmal bin ich nicht ganz, Achtung, Wortspiel-Helle. Ui, 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 ui. So, eigentlich dürfte das ja auch schon reichen. Aber wir gehen wieder hinter ihm, wie vorhin. Hat ja gut geklappt. Kuckuck. Pikabu. Pikabu. So, jetzt so. So, so. So, so. Boah. Alter. Speichern. Ja, gut. Okay. Ähm. Rede. Hey, Nemesis. Hier riecht es viel besser. Ja. Ich habe auch mein Aftershave drauf. Oder irgendwas. Und etwas sauberer ist es hier auch. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang lernen. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangene mehr. Das kann sein. Haben wir wieder einen. Achso, ich dachte ich. Hey, du. Okay, Parole. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Ja, dann sag ihn mir. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Und ihr nicht. Haha, ihr Kacknoobs. Wer durch diese Tür will, muss die Parole kennen. Ja. Welches Gemüse lieben meine Kinder besonders? Ja, Brokkoli natürlich. Ritter Robert mit dem Lied. Ähm. Gehört zu den Besten. Wenn ich bis... CIV zähle, erhalte ich... 100. Die Parole stimmt nicht. Was? Eine der Gefangenen versucht auszubrechen. Hä? Ach, ich bin so doof. Ja, natürlich. Ja gut, komm, pass auf. Äh, ja, Parole. Ja, kenn ich. Gemüse. Brokkoli. Ritter Robert gehört zu den Besten. So, und kriege ich. 104. 104. Welches Schicksal wählt ihr? Äh. Oh. Da hab ich mich noch nicht erkundigt. Liebe. Die Parole stimmt nicht. Nö. Okay. Gut, wo hätten wir jetzt die restlichen Dings, äh, die restlichen Infos holen können? Hä? Verstehe ich nicht. Hab ich irgendwas? Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Aber keiner verrät ihn mir. Das heißt, niemand kennt den letzten Teil der Parole. Also, das ist eine Gleichung. Bin ich doof? Gut, dann heißt es wieder Trial and Error, ne? Ja, 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 komm. Okay, Brokkoli. Gehört zu den Besten. Da hab ich 104. Und welches Schicksal wählt ihr? Jeder kennt das Ende der Parole. Und das Ende ist doch der Tod, oder? Die Parole stimmt. Ihr dürft passieren. Versteht ihr? Das war ein Hinweis. Und ich habe es gecheckt. Ich habe den versteckten Hinweis gecheckt. Ich sitze hier gerade wie Batman mit ausgeschwungenen, breiten Latissimus, weil ich jetzt hier, ne, mich jetzt ein bisschen rühme, die Hühnerbrust rausgestreckt bis zum Anschlag. Alter Schwede. Ich habe es gecheckt. Ja. Dann werde ich mal, ne? So, wir haben gespeichert. Hä? Du hast mich doch durchgelassen. Du Sack. Hallo. Tschüss. Oh. Ey, erst lasst ihr mich durch, weil ich die Parole richtig habe. und dann sagt ihr, nee, ist nicht. Nee, das geht nicht. Das ist Wortbruch. Das ist ein Vertrauensbruch. Das ist Verrat. Das ist politisch gesehen eine Tagesordnung. Jetzt kommt der Politikdödel wieder hier an, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Das wisst ihr, ne? Da bei uns ja nicht den einen Typen... Alter. Ich verstehe das nicht mit Fraps. Fraps ist mir da momentan ein bisschen suspekt. Warum? Hä? Aber mit einem anderen Programm kriege ich das hier nicht aufgenommen. Verdammte Kacke. Entschuldigung, aber... Ja doch, verdammte Kacke ist, denke ich mal, zutreffend. Ich peile das nicht. Geh es doch mal weg da, da oben. Hm. Ich wollte einfach nur weg. Hm. Hallo? Ja, hier kann man scheinbar nirgendwo richtig lang. Deswegen versuche ich jetzt mal ein bisschen unten lang zu gehen. Pass mal auf. Oh, okay. Unten ist ein No-Go. Ist ja gut. Ich habe es verstanden. Ihr Säcke. Hä? Hä? Okay, die sehen mich. Oh, Alter. Ich check das nicht. Vor allem, der geht ja nicht weg. Der obere geht nicht weg. Was? Ah, oh. Hä? Ja, dann sieht der mich doch. Dann laufe ich nur direkt in die Arme. Ich kann nicht an ihnen vorbei, oder? Pass auf, ich mache das mal. Ne. Hä? Hallo? Hallo, hallo. Ey, hallo. Mach doch mal hin. Hm. Okay. Jetzt ist der wieder da. Boah, Alter. Das ist aber wirklich ein Geduldsspielpaar Excellence, ne? Ey. Ist das euer Ernst? Alter. Boah, Leute. Das geht nicht. Hilfe. Verschwinde. Alter, das ist nicht normal. Und hier hinten, seht ihr das hier hinten? Hier? Obwohl, da waren wir doch schon. Müssen wir überhaupt hier runter? Das ist die andere Frage, ne? So, jetzt. Na, das ist doch... Das gibt's doch nicht. Ja, das ist unglaublich. So, jetzt machen wir nochmal. So, ihr seid beide zeitgleich. Jetzt geht die beiden wieder weg. Du gehst weg. Dankeschön. Kann ich hier runter? Okay, ich kann mich hier verstecken. So. Alter. Geh runter, geh runter, geh runter. Schatten, Schatten, Schatten. Ja, warum? Einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Ich weiß aber echt null, wo wir lang müssen. Ich geh mal gleich testweise nach oben. Mutig, wie ich bin. Haha. Na, wer sagt's denn? Oh, oh. Und hier kann ich jetzt aber nichts machen, ne? Ich kann nichts durchsuchen. Nichts. Bin ich jetzt hier gefangen? Nein. Ja.